Also dann musst du die Tabelle aufmachen und auf den Reitern Lieferung gehen. Entschuldige, ich hab ja gerade Stress. Ich gucke später nochmal an. Max, hör sofort mit dem Unfug auf. Mann, Mann, Mann. Halt's mir sonst nichts zu tun, ey. Nachbarn halten uns schon für Penner, die nicht immer ihre Kinder erzählen können. Und dir geht's nichts als Ärger. Schaffst du das nur? Mich jedenfalls schafft es ganz schön. Einmal hier. Vielen Dank.